Der österreichische Physiker Erwin Schrödinger gehört zu den Begründern der Quantenmechanik, aber am bekanntesten ist er für ein Gedankenexperiment mit einer Katze. Er stellte sich eine Katze und ein Gerät in einer verschlossenen Kiste vor. Das Gerät würde die Katze mit 50%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb einer Stunde töten. Wie geht es der Katze also nach einer Stunde? Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass sie entweder lebendig oder tot ist. Schrödinger hingegen argumentierte, dass gemäß der Quantenphysik die Katze direkt vor dem Öffnen der Kiste gleichzeitig tot und lebendig ist. Erst nach dem Öffnen der Kiste können wir ihren Zustand eindeutig feststellen. Bis dahin ist es eine unbedingte Wahrscheinlichkeit. Halb das eine, halb das andere. Das scheint paradox. Und genau darum ging es Schrödinger. Für ihn war Quantenphysik schließlich so verstörend, dass er sich von seiner Theorie distanzierte und stattdessen über Biologie schrieb. Auch wenn es seltsam klingt, Schrödingers Katze gibt es wirklich. Denn wäre es für Quantenobjekte nicht möglich, gleichzeitig zwei Zustände zu haben, würde euer Computer, auf dem ihr dieses Video anseht, nicht existieren. Das Quantenphänomen der Überlagerung ist eine Folge des Welleteilchendualismus jeder Materie. Um eine Wellenlänge zu besitzen, muss sich ein Objekt über einen Teil des Raums ausdehnen. Es befindet sich also zur selben Zeit an mehreren Orten zugleich. Die Wellenlänge eines auf einen kleinen Raumteil beschränkten Objekts kann nicht vollständig bestimmt werden. Bei Alltagsgegenständen ist dieser Wellenzustand nicht sichtbar, weil die Wellenlänge mit zunehmendem Impuls abnimmt. Und eine Katze ist recht groß und schwer. Würde man ein einzelnes Atom auf die Größe des Sonnensystems ausdehnen, wäre die Wellenlänge einer laufenden Katze so klein wie ein Atom in diesem Sonnensystem. Das wäre nicht registrierbar, daher wird sich die Katze nie wie eine Welle verhalten. An winzigen Teilchen wie zum Beispiel Elektronen kann Dualität jedoch deutlich nachgewiesen werden. Wenn eine Barriere mit zwei schmalen Öffnungen mit einzelnen Elektronen beschossen wird, kann man dahinter die Position jedes Elektrons genau erfassen. So wie ein Teilchen. Wenn man dieses Experiment häufig wiederholt und die Ergebnisse aufzeichnet, entsteht ein Muster, das typisch für Wellen ist. Eine Reihe von Interferenzstreifen. Es bilden sich Ansammlungen von Elektronen. Andere Bereiche hingegen bleiben frei. Wird eine Öffnung blockiert, verschwinden die Streifen. Das Muster entsteht also nur, wenn jedes Elektron beide Öffnungen gleichzeitig durchquert. Ein einzelnes Elektron passiert in unserem Beispiel also nicht nur die linke oder die rechte Öffnung, sondern beide auf einmal. Diese räumliche Überlagerung macht moderne Technik erst möglich. Ein Elektron nahe eines Atomkerns befindet sich in einer wellenartigen Bahn. Führt man zwei Atome nahe zusammen, werden die Elektronen gemeinsam genutzt. Auf diese Weise entstehen chemische Verbindungen. Ein Elektron in einem Molekül gehört nicht nur zu Atom A oder B, sondern zu A und B. Fügt man weitere Atome hinzu, verteilen sich die Elektronen und werden von vielen Atomen gleichzeitig genutzt. Die Elektronen eines festen Stoffs sind nicht an ein bestimmtes Atom gebunden, sondern werden von allen Atomen geteilt. Diese gewaltige Überlagerung der Zustände bestimmt, wie sich Elektronen durch Stoffe bewegen, egal ob sie Leiter, Isolator oder Halbleiter sind. Anhand der Elektronenverteilung zwischen den Atomen kann man die Eigenschaften von Halbleitern überprüfen, wie zum Beispiel von Silizium. Durch die richtige Kombination von Halbleitern können auf einem einzigen Computerchip Millionen winziger Transistoren untergebracht werden. Dank dieser Chips und der Elektronen funktioniert dein Computer überhaupt erst. Angeblich existiert das Internet ja nur zum Teilen von Katzenvideos. Aber auf einer Ebene verdankt das Internet seine Existenz tatsächlich einem österreichischen Physiker und seiner imaginären Katze. Bereit für ein neues Gedankenexperiment? Schau dir dieses Video an und klicke auf Abonnieren, um jede Woche etwas Neues zu lernen. Schau dir dieses Video an und klicke auf Abonnieren, um jede Woche etwas Neues zu lernen.